Ich möchte Ihnen jetzt von Emanuel Geibel berichten, den heute nur noch wenige kennen. Im 19. Jahrhundert war das anders. Ist Arthur Rimbaud der meistgelesene Lyriker Frankreichs, so war Geibel der meistgelesene Lyriker Deutschlands im 19. Jahrhundert. 1815 ist er in Lübeck geboren und 1884 in Lübeck gestorben. 100 Auflagen gab es von seinen Gedichten zu seinen Lebzeiten, was damals immerhin 150.000 Bücher ausmachte. Auf heute hochgerechnet sicher das Zehnfache. Sammeltassen zierte sein Bild, eine Zigarre war nach ihm benannt und im Alter von 51 Jahren erhielt er den Schillerpreis. Alle Welt stellte ihn auf eine Stufe mit Goethe. Und ein Gedicht von ihm kennen Sie alle, ob Sie wollen oder nicht. Es ist das Wanderlied. Der Mai ist gekommen. Die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt. Herr Vater, Frau Mutter, dass Gott euch behüht. Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blüht. Es gibt so manche Straße, da nimmer ich marschiert. Es gibt so manchen Wein, den ich nimmer noch probiert. Und abends im Städtlein, da kehre ich durstig ein. Herr Wirth, mein Herr Wirth, eine Kanne blanken Wein. Ergreife die Fiedel, du lustiger Spielmann, du. Von meinem Schatz das Liedel, das sing ich dazu. O wandern, o wandern, du freie Burschenlust. Da wehet Gottes Odem so frisch in die Brust. Da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt. Wie bist du doch so schön. O du weite, weite Welt. Immanuel Geibel gehörte zu der blutleeren Dichtergeneration, die danach der gescheiterten 48er-Revolution sich auf die Seite der Könige schlug, was zu solchen Versen führte. Zieh ein zu allen Toren, du starker deutscher Geist, der aus dem Licht geboren den Pfad ins Licht uns weist und gründ in unserer Mitte wehrhaft und fromm zugleich in Freiheit, Zucht und Sitte dein tausendjährig Reich. Preis dem Herrn, dem starken Retter, der nach wunderbarem Rat aus dem Staub uns hob im Wetter und uns heut im Säuseln naht. Und uns heut im Säuseln naht. Sogar die Bibel hat Geibel bemüht. Der gottgleiche König. Das hörten die Herrschenden gerne. Der bayerische König Maximilian II. nahm Geibel in seinen Orden auf, adelte ihn, machte ihn zum Honorarprofessor und Paul Heise, den sie sicher auch nicht mehr kennen, obwohl er immerhin der erste deutsche Literaturnobelpreisträger war, der reimte über Emanuel Geibel. Zurzeit, da lautet Zwietracht der Parteien, die Luft durchhalte Deutschland auf und nieder, also in der 48er Revolution, kamst du mit einem Frühling süßer Lieder, vom Tageslärm die Seele zu befreien. Dir wart, was seltene Sterne nur verleihen, dein Lied klang in der Frauenherzen wieder und strebend schwangst du höher dein Gefieder im Männerkampf stets in den Vordereien. Neidlos und treu den Jüngern zugewendet, der hohen Kunst ein priesterlicher Hüter, saßt du im Sturmeknospen schon die Reiser. Nun wart dein Ahnen wunderbar vollendet, wie du geweiss sagt, unsere höchsten Güter siehst du gewonnen. Freiheit, Reich und Kaiser. Das bezieht sich auf den preußischen König Wilhelm I., der dann 1871 zum deutschen Kaiser sich krönen ließ, nach der Schlacht mit dem Erbfeind Frankreich und dem Geibel zurief, das Maß ist voll zur Schlacht mit Gott. Schon zehn Jahre vorher, 1861, hat Geibel erklärt, was Deutschlands Beruf sei. An diesen Beruf, diese Berufung, glauben auch heute noch sehr viele. Bleibt zu hoffen, dass sie nie wieder die Mehrheit bilden werden, wie zu Geibels Zeiten oder wie im sogenannten Dritten Reich. Soll's denn ewig von Gewittern am umwölkten Himmel braun? Soll denn stets der Boden zittern, drauf wir unsere Hütten bauen? Oder wollt ihr mit den Waffen endlich Rast und Frieden schaffen? Dass die Welt nicht mehr in Sorgen um ihr leicht erschüttert Glück täglich bebe vor dem Morgen, gebt ihr ihren Kern zurück, Macht Europas Herz gesunden und das Heil ist euch gefunden. Mit dem Kern und mit Europas Herz ist natürlich Deutschland gemeint, das es in der heutigen Form damals ja noch nicht gab. Einen Hort geht aufzurichten, einen Hort im deutschen Land, sucht zum Lenken und zum Schlichten eine schwerterprobte Hand, die den güldenen Apfel halte, und des Reichs mit Treue walte. Sein gefürstet Banner trage jeder Stamm, wie er's erkor, aber über alle Rage stolz entfaltet eins empor, hoch im Schmuck der Eichenreiser, wall es vor dem deutschen Kaiser. Wenn die heilige Krone wieder einen hohen Scheitel schmückt, aus dem Haupt durch alle Glieder stark ein Einger Wille zückt, wird im Völkerrat vor allen deutscher Spruch aufs Neu erschallen. Dann nicht mehr zum Weltgesetze wird die Laun am Szenestrom. Dann vergeblich seine Netze wirft der Fischer aus in Rom. Länger nicht mit seinen Horden schreckt uns der Koloss im Norden. Geibel meint natürlich die Russen im Osten, aber das hätte sich nicht auf Horden gereimt. Macht und Freiheit, Recht und Sitte, klarer Geist und scharfer Hieb, Zügeln dann aus starker Mitte jeder Selbstsucht wilden Trieb. Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. So viel zum bedeutendsten deutschen Dichter des 19. Jahrhunderts, wie ihn seine Zeitgenossen nannten. Emanuel Geibel und andere wie Viktor Scheffel mit seinem Trompeter von Säckingen, Felix Dahn, als die Römer frech geworden oder der vorhin gehörte Paul Heise, sind Epigonen, Fürstendiener, denen es reichte, deutscher zu sein, um stolz auf andere zu spucken. Und welcher Unterschied in der geistigen Haltung gegenüber Arthur Rimbaud mit seinem Schläfer im Tal und den beiden blutigen Löchern im Leib. Eklige Siegermentalität einer We are the Champions grölenden Menge. Ganz anders der Autor der nächsten Sendung. Keine Spur von Nationalismus, von Untertanentum, Formal ein großer Meister, keine Spur von Epigonentum, aber Vertreter einer fatalen Einstellung zum Leben, zum Mitmenschen. Friedrich Nietzsche. Sein Name wird von nun an immer wieder mal auftauchen, denn er hat eine große Wirkung auf die Intellektuellen des 20. Jahrhunderts gehabt. Musik